Oumuamua ist nicht allein. Harvard-Professor Abraham Loeb und sein Kollege Amé Sirai haben jetzt ein weiteres interstellares Objekt gefunden. Das Objekt war allerdings sehr klein und verglühte in unserer Atmosphäre. Oumuamua ist ja ein extrem seltsames Objekt. Abraham Loeb hält es ja für möglich, dass es sich um ein Lichtsegel einer fremden Zivilisation handelt. Was hat es mit dem neuen Objekt auf sich? Clixoom Science & Fiction heute mit Ronny von Raumzeit Vlog der Zukunft. Ja, danke Christoph. Auch bei uns gibt es regelmäßig faszinierende Science-Videos. Abonniert unseren Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich Willkommen! Am 8. Januar 2014 trat ein seltsames Objekt in die Erdatmosphäre ein. Das beinhaltet eine Studie, die von Harvard-Professor Abraham Loeb und seinem Kollegen Amé Sirai veröffentlicht wurde. Nach dem Oumuamua-Ereignis durchforschten sie den CNEOS-Katalog. Hier sind alle Objekte erfasst, also Asteroiden, Meteoroiden, Weltraumschrott, die in die Erdatmosphäre eindringen können. Am 8. Januar 2014 wurde ein seltsames Objekt registriert. Allerdings kümmerte sich die Forschung zunächst nicht darum. Es trat in die Erdatmosphäre ein und verglühte über dem südwestlichen Pazifik. Jetzt gingen Loeb und Sirai die Datenbank durch und stießen auf dieses merkwürdige Objekt. Es verhielt sich nämlich anders als alle anderen Meteoriden. Zur Erklärung, als Meteoriden werden im Gegensatz zu Asteroiden kleinere Objekte bezeichnet. Sie verglühen meist vollständig in der Erdatmosphäre. Dieses Objekt hatte einen Durchmesser von etwa 45 Zentimetern und flog mit einer außerordentlich hohen Geschwindigkeit. Die Forscher berechneten Geschwindigkeit und Flugbahn und kamen zu einem spektakulären Ergebnis. Die Geschwindigkeit des Objektes war so hoch, dass die Gravitation der Sonne quasi keinen Einfluss auf die Flugbahn hatte. Das ist aber laut Loeb und Sirai nur möglich, wenn das Objekt aus einem fremden Planetensystem oder aus der Umgebung eines Sterns in unserer Galaxis stammt. Also nicht aus unserem Sonnensystem. Wow! Ein zweites interstellares Objekt durchqueren also doch viel mehr interstellare Objekte unser Sonnensystem als bisher gedacht. Die Forscher schlagen jetzt eine neue Methode vor, um solche Objekte zu untersuchen. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre, wenn die interstellaren Objekte verglühen, sollte das Spektrum der Verbrennung untersucht werden, um die Zusammensetzung zu erforschen. Das könnte wirklich bahnbrechende Ergebnisse liefern. Denn so können wir erfahren, aus welchen Elementen und Molekülen andere Sternensysteme und vor allem deren Planeten zusammengesetzt sind. Werden jetzt demnächst noch mehr solche Objekte entdeckt? Astrophysikerinnen sind sich noch nicht sicher. Das Ergebnis ist interessant, doch es basiert lediglich auf den Messwerten eines einzelnen Ereignisses, so der Astronom Erik Mamajek von der NASA JPL in den Science News. Es wird also spannend, ob sich die These von Loeb und Sirai bestätigt und ob wir es hier mit einem zweiten interstellaren Objekt zu tun haben und ob die Erde tatsächlich viel öfter als bisher angenommen solchen Objekten begegnet bzw. sie unsere Bahnen kreuzen. In diesem Sinne 42. Vielen Dank Ronny! So und wer noch nicht Raumzeit Vlog der Zukunft abonniert hat, macht es spätestens jetzt. Hammer Themen, Hammer recherchiert, Hammer Videos wie zum Beispiel Schwarzes Loch gegen Erde. Was würde passieren? Unbedingt draufklicken, anschauen und natürlich Raumzeit Vlog der Zukunft abonnieren. Bis dann! Bleibt dran! Bleibt dran! Bleibt dran!